Bioverfügbarkeit ist ein Problemfeld oder ein Forschungsfeld, was sowohl in der Naturheilkunde, in der Phytomedizin, bei Nahrungsergänzungsmitteln, als auch in der Pharmazie eine ganz große Rolle heutzutage spielt. Natürlicher Wirkstoff ist nicht gleich natürlicher Wirkstoff. Da gibt es sehr gute, also gut bioverfügbare Stoffe und welche leider viele von den neuen sind sehr schlecht bioverfügbar. Lange Verweildauer im Körper ist nicht unbedingt gut, denn wenn ich, was weiß ich, einen Stopp einnehme und nur 10 Prozent dessen wird über einen Tag über 24 Stunden abgebaut, ich nehme am nächsten Tag wieder denselben Stopp, dann kann sich das auch aufbauen und zu großen Dosen werden. Also es ist immer eine Balance. Nahrungsergänzungsmittel, ein gigantischer Markt und eine Glaubensfrage. Was wirkt wie? Positiv auf unsere Langlebigkeit und natürlich auf unsere Gesundheit. Manches wissen wir ziemlich genau. Beispiel Vitamin D oder Omega-3-Fettsäure. Manches wissen wir gar nicht oder nur schemenhaft oder nur ungenau. Ein großes Fragezeichen, das über allem schwebt, das ist die Bioverfügbarkeit. Sprich, wie viel kommt an von der Pille, von der Kapsel, von dem Saft in unseren Körperzellen und wirkt dann auch positiv? Oder machen wir vielleicht nur teures, sagen wir mal, Exkrement, das dann wieder ausgeschieden wird? Dazu möchte ich einen Spezialisten befragen. Er produziert selbst Nahrungsergänzungsmittel als Mitgründer und als Chief Scientific Officer, also Forschungsleiter bei dem Unternehmen IU Labs und ist promovierter Arzt, ist Neurowissenschaftler, der lange Laborleiter beim Max-Planck-Institut war. Dr. Wolfgang Brüsch, danke, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Da bin ich auch noch gespannt. Welches ist denn dein Lieblings-Nahrungsergänzungsmittel? Also welches ist das Nahrungsergänzungsmittel, das am besten bioverfügbar ist? Du hast ja schon in der Einleitung meine, auch unbewusst meine beiden Favoriten genannt, nämlich die Omega-3-Fettsäuren und das Vitamin D. Beides sehr gut untersuchte Substanzen, die tatsächlich wissenschaftlich fundiert gute Effekte in unserem Körper haben und die beide auch sehr gut bioverfügbar sind, ohne dass man jetzt noch irgendwelche Technologien rumbrauchen muss. Ah, und ich dachte, Vitamin D sei nur dann gut bioverfügbar, wenn ich Fette gleichzeitig zu mir nehme. Also im besten Falle Olivenöl zum Beispiel. Und wenn ich es morgens nehme auf nüchternen Magen, kommt gar nicht so viel an im Körper. Absolut richtig. Das habe ich jetzt nicht noch als Extra-Technologie gesehen, sondern Fette nehmen wir in der Regel ja auch mit gesunder Ernährung zu uns. Außerdem ist es, sagen wir mal, die Mängel von Ölen oder Fetten, die wir gleichzeitig einnehmen müssen, ist eigentlich gar nicht so groß. Das sind ein paar Milliliter reichen da aus, um die Bioverfügbarkeit wirklich zu optimieren. Und wenn wir zum Beispiel Vitamin D mit Mega-3-Fettsäuren und einem gesunden Öl kombinieren, haben wir da schon alles ohne, sozusagen im Bereich unserer normalen Nahrung haben wir eine sehr gute Bioverfügbarkeit. Das finde ich interessant. Ich habe so einen Vitamin D, das ist auch in so einer Kapsel, die so ein bisschen ölig aussieht. Wenn ich das auf nüchternen Magen nehme, also keine weiteren Fette zu mir nehme, ist es trotzdem schon gut Bioverfügbar? Das ist, da gibt es Untersuchungen, das ist schon recht gut Bioverfügbar. Vielleicht nur 80 Prozent von dem, was drin ist. Das ist aber schon im Bereich Nahrungsergänzungsmittel natürlich eine Menge. Meistens sind die Produkte auch so gut dosiert, dass das völlig ausreicht, um auch eine entsprechende Wirkung zu bekommen. Trotzdem, auch was du gesagt hast, ist zum Beispiel mit dem Frühstück, also mit weiteren Nahrungsmitteln einzunehmen, ist eine gute Idee. Sowohl bei Omega-3 bei Vitamin D. Also ich bleibe weiter dabei. Ich nehme das mittags zu meinem Salat mit Olivenöl, das Vitamin D, Omega-3-Fettsäure, sowieso die beiden zusammen. Okay, aber jetzt sollten wir mal definieren, was ist denn Bioverfügbarkeit? Ja, also Bioverfügbarkeit oder unter Bioverfügbarkeit versteht man, genau wie du es schon in der Einleitung gesagt hast, wie viel von dem, was wir, wie man medizinisch sagt, oral, also einfach über unseren Mund und Verdauungstrakt aufnehmen, wie viel von der Substanz oder den jeweiligen Substanzen kommt am Ende dort an, wo es gebraucht wird. In der Regel wird die Bioverfügbarkeit gemessen, praktisch indem man sagt, wie viel Prozent von dem, was ich aufgenommen habe, kann ich später erstmal im Blut nachweisen. Natürlich ist es im Blut, nur der eigentliche Wirkort ist natürlich in den Zellen, in den Organen, aber das ist praktisch kaum nachweisbar. Wenn wir zum Beispiel bei Omega-3-Fettsäuren, die ja bekanntermaßen positive Effekte auch als Vorbeugen gegen Demenz und geistlichen Abbau haben, müsste ich die Proben aus dem Gehirn entnehmen, um zu sehen, wie viel da ankommt. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, dafür freiwillig zu finden. Ja klar, aber viele Versuche gibt es natürlich massenhaft dazu. Richtig, aber das ist, das ist eine, sagen wir mal, eine Annäherung, weil die, wie wir vorhin besprochen haben, schon bei den Vitaminen kommt es darauf an, was Essig parallel, wenn ich sozusagen, ich sag mal, Laborratten habe, die kriegen Trockenfutterpellets und nicht so einen schönen Salat mit Olivenöl. Da sieht die Sache potenziell schon wieder anders aus. Wir kommen auch gleich nochmal auf die Mengen, die wichtig sind für uns, egal jetzt, ob es um pflanzliche Wirkstoffe geht, um Mineralstoffe oder um Vitamine. Was mich immer wieder beschäftigt, sind die Nahrungsergänzungsmittel der neuen Generation. Jetzt nehmen wir mal das Resveratrol. Und das ist ja der Wirkstoff aus der Schale der Weintraube, wird aber aus dem japanischen Knöterich in großem Stil extrahiert und gilt ja zum Beispiel als ein Sirtuin-Aktivator und Sirtuine sind Langlebigkeitsenzyme etc. Und da gab es ja diese riesige Enttäuschung, Resveratrol ist so gut wie gar nicht bioverfügbar. Wie hat man das denn überhaupt misseinschätzen können? Man muss doch dann einfach nur Resveratrol nehmen, Blut abnehmen und dann sehen, es kommt gar nichts an. Oder wie misst man solche pflanzlichen Wirkstoffe? Man misst die genauso, wie du gesagt hast. Also man verabreicht sie auch entweder oftmals bei Tieren oder man macht es eben idealerweise beim Menschen. Wenn man nur Blut abnimmt, ist das ja auch ethisch kein Problem. Man ist erst mit der Zeit darauf gekommen, dass die Bioverfügbarkeit gerade bei Naturstoffen so eine große Rolle spielt. Ich glaube, es war lange Zeit, weil es ja auch Teile der Nahrung sind, die ungeprüfte Annahme, das wird schon ins Blut gehen, das wird schon seine gute Wirkung haben. Aber wenn man dann auf die Einzelsubstanzen geht und die wirklich misst, merkt man, dass viele dieser sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, das sind also diese aktiven Stoffe, die in Pflanzen vorhanden sind, wie zum Beispiel das Resveratol, extrem schlecht bioverfügbar sind. Die gehen praktisch, was weiß ich, wenn ich 100 Milligramm einnehme, dann kommen vielleicht zwei Milligramm im Blut an. Also nur eine sehr kleine Menge gibt es auch bei vielen anderen dieser Stoffe. Das liegt daran, dass diese Stoffe eigentlich nicht gemacht sind. Es sind keine wirklichen Nährstoffe, so wie Fette oder Kohlehydrate, die wir einfach zum Überleben brauchen. Und diese komplexeren Biomoleküle sind sehr wenig fettlöslich oder sehr wenig wasserlöslich, liegen also in einer Form vor, die der Körper wenig erkennt und wenig aufnehmen kann. Und darauf ist man erst über die Zeit gekommen, weil große Enttäuschung. Dazu kommen natürlich jetzt die Fragen, was tun die denn dann im Körper, wenn sie eigentlich nicht zu unseren Nahrungsmitteln gehören, zu den Makronährstoffen? Und zum anderen, was kann man denn tun, um die besser bioverfügbar zu machen? Kommen wir gleich noch da drauf. Grundsätzlich müsste man jetzt eigentlich fragen, warum nimmt man da nicht die Wirkstoffe, von denen man heute schon weiß, dass die gut im Körper wirken? Also prophylaktisch, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Diabetes etc. Warum gibt man die dann nicht intravenös? Also dass man sagt, okay, jemand, der wirklich was tun will für seine gesunde Langlebigkeit, der lässt sich einmal in der Woche einen Cocktail spritzen. Denn das kommt ja 100 Prozent an. Das kommt zumindest im Blut an. Ob es dann wirklich in den Zellen nochmal ankommt, ist auch noch eine Frage, die, aber wie wir schon gesagt haben, nicht so einfach zu klären ist, aufgrund der technischen Schwierigkeiten. Klar, da gibt es ja auch, weißt du sicher, in den USA und in Asien gibt es so Tageskliniken, da geht man hin und kriegt das infundiert. Nur muss man ehrlich sagen, ist nicht jedermanns Sache. Da muss man schon doch sehr motiviert sein, um sich einmal die Woche eine Infusion abzuholen. Ich weiß letztendlich aus meiner medizinischen Praxis, dass selbst so kleine Pieker wie beim Insulinspritzen bei Diabetikern über die Zeit einfach, obwohl es nicht groß wehtut, regelrecht verhasst sind. Also das ist der Mensch wird nicht gern angestochen. Und ja, das ist, glaube ich, für eine kleine Gruppe von super motivierten Leuten kann das das Richtige sein. Ich glaube, in der Breite müssen wir sehen, dass wir das leicht verfügbar haben, angenehm zuzunehmen etc. Ich habe von Wissenschaftlern gehört, als ich danach fragte, ist das denn gut, dieses neue Nahrungsergänzungsmittel NMN zu spritzen, intravenös. Und die haben gesagt, Moment mal, also die Dosis ist dann, weiß noch keiner, die ist dann wirklich hoch. Und außerdem weiß man noch gar nicht, wie viel der Körper dann auf einmal aufnehmen kann. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Riesenanteil davon wieder ausgeschieden wird, ohne dass es irgendwas gemacht hat, viel zu hoch. Richtig. Also bei bestimmten Wirkstoffen, wie zum Beispiel NMN und anderen, wissen wir überhaupt nicht, welche Dosis wirklich gut ist. Man macht da Experimente. Entweder guckt man praktisch, welche Wirkung hat es bei Menschen oder bei Tieren oder in Zellkulturen. Das sind aber alles, ich sage mal, artifizielle Systeme, die uns so einen ganz groben Hinweis geben. Und man kann zum Beispiel die Dosis, die man einem Tier gibt, kann man nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Das sind also oft auch Faktoren drin. Also bei kleinen Tieren müssen sie in der Regel, um dieselben Effekt zu bekommen, das 10- bis 30-fache der Dosis geben, wie bei einem Menschen. Ich denke, mit der Körperoberfläche zusammen sind komplizierte Berechnungen in der Pharmakologie. Das ist bei Nahrungsergänzungsmitteln wahrscheinlich, der größte Teil ist einfach Erfahrungswissen. Auch bei neuen Wirkstoffen müssen wir diese Erfahrung sammeln, uns langsam rankasten, nicht gleich mit Megadosen rangehen. Und dann bei vielen Sachen, wo man es also auch weiß, bei sekundären Pflanzenstoffen, ich gehe nochmal aufs Resveratrol, hat man natürlich die ursprüngliche Wirkung in Zellkulturen festgestellt, wo man es direkt auf die Zielzellen gibt. Und dann praktisch das Ganze übertragen auf den Menschen und gesagt, na da hat es dieselbe Wirkung, ohne wirklich genau zu wissen, welche Dosis da dann adäquat ist. Also in Form von, oder sagen wir mal oral aufnehmen, also über den Mund und nicht in bisher unbekannter Wirksamkeit und hohen Dosen, intravenös. Okay. Also da muss man auch vielleicht nochmal warnt den Finger heben bei intravenös, zum Beispiel gerade so sekundäre Pflanzenstoffe oder Pflanzenextrakte. Wenn wir die oral zu uns nehmen, genauso wie Salat, da sind natürlich haufenweise auch Keime und Bakterien drauf, die wir mit dem, unser Verdauungssystem wunderbar klarkommt. Aber wenn ich das direkt ins Blut spritze, muss es wirklich hochsteril sein. Das ist, bevor ich mir was spritzen lassen würde, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja klar. Sowieso. Das ist sicher. Ich glaube, dass ganz viele Menschen gar nicht so genau wissen, was muss denn eigentlich so ein Wirkstoff, nehmen wir jetzt mal das Resveratrol, was muss das eigentlich alles an Etappen durchlaufen, wenn wir es jetzt also in Pillenform oder in Form einer Weintraubenschale, da sitzen die ja drin, zu mir nehme. Und das fände ich jetzt ganz gut, wenn du uns das kurz mal beschreiben würdest, was für Angriffen so ein Molekül eigentlich ausgesetzt ist. Ich habe mal nachgelesen, dafür gibt es einen Begriff, der heißt Let Me oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Also Liberation, Freisetzung dieses Stoffes aus der Weintraubenschale, dann kommt Absorption, das heißt also Absorption in den Körper, Distribution, Verteilung, Metabolismus, das heißt Metabolism, das heißt also Umbau dieser Substanz und dann auch noch Ausscheidung. Das ist jetzt sehr abstrakt. Kannst du das mal ein bisschen praktischer erklären, wie das so geht? Also gehen wir das mal durch, die ganzen Wurfstaben, diese Liberation, also Freisetzung, das ist das Erste. Nehmen wir mal an, ich nehme eine Kapsel, bleiben wir mal beim Resveratrol, das steht aber für alle anderen oder die meisten anderen Substanzen genauso. Wird das überhaupt aus der Kapsel freigesetzt und wo wird das freigesetzt? Löst die sich schon im Magen auf oder erst im Darm, im Dünndarm oder im Dickdarm. Da gibt es verschiedene Kapselhüllen, die unterschiedlich sich auflösen. Das kann man auch ein bisschen steuern. Also erst mal muss der Birkstoff überhaupt freigesetzt werden. Oder zum Beispiel, wenn ich die Traubenschalen nehme, ist ja das Resveratrol in den Zellen, in der Schale, liegt nicht frei vor. Das muss auch erst mal verdaut werden, damit es überhaupt freigesetzt wird. Also Freisetzung ist schon mal der erste Schritt. Dann kommt die Absorption, also die Aufnahme in die Darmwand oder in die Schleimhäute, mit denen der entsprechende Stoff in Kontakt kommt. Das sind natürlich meistens die Schleimhäute vom Magen-Darm-Trakt. Wenn es freigesetzt wird, muss auch eine Substanz erst mal die Säure des Magens überleben. Das ist ja praktisch schon ziemlich konzentrierte Salzsäure, die unser Magen da hat. Das muss eine Substanz überleben. Dann gelangt sie in den Dünndarm und da kehrt sich das Säureverhältnis komplett um. Das ist basisch. Der Oberdünndarm ist ja basisch. Das ist schon mal eine ziemlich chemische Attacke, die jeder Wirkstoff da durchmacht. Überleben aber die meisten, sonst könnten wir uns ja gar nicht ernähren. Auch unsere Nährstoffe müssen das ja machen. Dann die meisten Nährstoffe und auch Nahrungsergänzungsmittel werden im Dünndarm aufgenommen. Und dort müssen sie praktisch aus dem Dünndarm durch die Darmwand, durch die Darmzellen aufgenommen werden und dann ans Blut weitergegeben. Das ist letztendlich der Weg. Und da ist es auch schon wichtig, wie ist der Wirkstoff aufbereitet. Er muss sich ja lösen. Also wenn der verklumpt im Darm vorliegt, kann er sich sehr schlecht lösen. Kann man sich vorstellen, wie in der Tasse Tee, wenn ich da drei große Kandistücke reintue, braucht es sehr lange, bis die sich gelöst haben. Da geht nur wenig in den Tee. Wenn ich feinen Zucker reintue, löst er sich sehr schnell. So genauso kann man sich das auch vorstellen. Und wenn man sich viele Nahrungsergänzungsmittel oder Extrakte unter Mikroskop anguckt, sind das schon, also die Dinger sind, was weiß ich dann, diese einzelnen Partikel sind vielleicht hundertmal so groß wie eine einzelne Zelle. Da kommt also praktisch ein Backstein auf mich zu. Der ist nicht so leicht zu resorbieren. Also das ist ein wichtiger Punkt. Durch die Darmwand muss es gehen. Und dann geht es ins Blut. Also habe ich die Absorption. Dann kommt die Distribution. Das heißt, wie verteilt sich das Ganze? Und alles, was im Darm, im Blut aufgenommen wird, geht erstmal in die Leber. Geht nicht in unseren gesamten Kreislauf, sondern alles Blut geht erstmal durch die Leber. Das ist so die erste Filterfunktion. Die fängt auch alle Giftstoffe oder viele Giftstoffe ab. Und dort werden schon viele dieser aufgenommenen Stoffe metabolisiert. Das ist der dritte Schritt, also der vierte von der Atmedistribution, dann Metabolismus. Und da ist eben dann die Frage, praktisch werden die Stoffe abgebaut oder umgebaut. Viele Stoffe werden eben ab- oder umgebaut in der Leber. Und erst dann gehen sie in die Zirkulation, in unseren Blutkreislauf. Und dann können sie über das Blut in die Zielorgane. Sagen wir mal, ich will irgendwas, was meiner Niere gut tut oder meiner Leber ist ja schon oder meinen Muskeln oder meinem Gehirn. Dann sozusagen, dann können die Stoffe erst dahin kommen. Und am Schluss ist natürlich auch die Ausscheidung wichtig. Stoffe, die sehr langsam ausgeschieden werden, bleiben lange in der Zirkulation, bleiben lange in unserem Körper, können dort lange wirken. Welche, die sehr schnell ausgeschieden werden, sind eben nur kurz wirksam. Lange Verweildauer im Körper ist nicht unbedingt gut. Denn wenn ich, was weiß ich, einen Stoff einnehme und nur 10% dessen wird über einen Tag über 24 Stunden abgebaut, ich nehme am nächsten Tag wieder denselben Stoff, dann kann sich das auch aufbauen und zu großen Dosen werden. Also es ist immer eine Balance, wie viel geht rein, wie viel geht raus. Das ist eine Challenge, eine Herausforderung für die Wirkstoffe in unseren Körper und dann in die Zielzellen reinzukommen. Und es hat schon mal sehr viel mit der Größe des Moleküls zu tun. Also können wir davon ausgehen, dass zum Beispiel Mineralstoffe wie Calcium, Selen, Zink etc., die kommen ziemlich gut durch, die sind ja klein. Und dann die Vitamine sind zum Teil auch nicht so riesig, aber schon deutlich größer. Und dann kommen die pflanzlichen Wirkstoffe und die sind ja richtig groß. Die können zum Teil richtig groß sein. Also es ist so, zum Beispiel bei Mineralien haben wir zum Teil richtige Transporter in unseren Darmzellen, die das sozusagen aktiv transportieren. Da sind wir von der Evolution und auch ähnlich bei Vitaminen, hat der Körper natürlich über die Jahrtausende gelernt oder Jahrhunderttausende, dass das wichtige Stoffe sind und dafür haben unsere Zellen dann spezielle Transportsysteme entwickelt. Das heißt, die gehen in der Regel gut durch. Wie du auch sagst, es gibt eben neue und neu entdeckte Pflanzenwirkstoffe, die wir schon zwar immer zu uns genommen haben, die aber vielleicht gar nicht ins Blut gegangen sind, indem wir Weintrauben gegessen haben etc. Und da ist oft so, dass der Körper noch keinen eigenen Transportweg hat. Und da müssen wir versuchen, praktisch die Stoffe so dem Körper darzubieten, dass es ähnlich ist wie Dinge, die er schon kennt. Und dann können wir die Und wenn wir die pflanzlichen Wirkstoffe nehmen, das ist ja dein Spezialgebiet, weil du eben auch solche Nahrungsergänzungsmittel herstellst, da sagt man doch, das sind gar nicht die Gesamtmoleküle, die so toll wirken, sondern das sind die Metabolite. Also das ist das, was aus der Leber wieder rauskommt und das sind viel, viel kleinere Stückchen dieser Wirkstoffe. Und man weiß eigentlich noch gar nicht genau, was von diesen kleinen Stückchen dann in der Zelle wie wirkt, aber die scheinen zu wirken. Und vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn man nicht nur einen Wirkstoff nimmt, also einen Ausgangsstoff wie das Resveratrol, sondern ganz viele. Also Phytokomplexe heißt das ja so schön. Ja, das sind zwei verschiedene Punkte. Also zum einen ist die Größe oder die Art des Moleküls schon entscheidend, ob es gut aufgenommen wird. Es gibt natürlich auch klassische Pflanzenwirkstoffe, die extrem gut aufgenommen werden. Koffein ist zum Beispiel, ist ein sehr potenter Pflanzenwirkstoff, wirkt an Rezeptoren im Gehirn, weiß jeder, wird gut aufgenommen. Da brauchen wir gar nichts zu machen, nur eine Tasse Kaffee aufzubrühen. Dasselbe gilt zum Beispiel für bestimmte, sehr gesunde Wirkstoffe im grünen Tee. Die werden auch praktisch beim Aufbrühen, werden die freigesetzt und werden auch gut aufgenommen. Andere Wirkstoffe wie zum Beispiel Resveratrol oder Curcumin werden sehr schlecht aufgenommen. Und das ist also, natürlicher Wirkstoff ist nicht gleich natürlicher Wirkstoff. Da gibt es sehr gute, also gut bioverfügbare Stoffe und welche leider viele von den neuen sind sehr schlecht bioverfügbar. Trifft übrigens auch für viele neue Medikamente zu. Diese Bioverfügbarkeit ist ein Problemfeld oder ein Forschungsfeld, was sowohl in der Naturheilkunde, in der Phytomedizin, bei Nahrungsergänzungsmitteln als auch in der Pharmazie eine ganz große Rolle heutzutage spielt. Ein paar Beispiele für besonders gute Bioverfügbarkeit, nicht nur aus dem pflanzlichen Bereich. Zum Beispiel Coenzym Q10 ist ja sehr schlecht bioverfügbar. Und was nehmen wir einfach so ganz problemlos auf? Also in der Regel die Vitamine, also alles was als Vitamin gilt, weil der Körper eben das schon gelernt hat oder spezielle Systeme hat. Alle Mineralstoffe werden, die sogenannten Mikronährstoffe werden in der Regel gut aufgenommen. Da gibt es natürlich auch Interaktionen. Das ist ja bekannt zum Beispiel, man sollte nicht möglichst Magnesium und Kalzium zusammen einnehmen, weil die denselben Transporter benutzen. Und dann ist der eine schon blockiert. Wenn ich viel Kalzium nehme, dann kommt das Magnesium nicht rein. Also da kann man schon praktisch, indem man es so ein bisschen trennt, über die Tageszeit einiges machen. Und es sind eigentlich die klassischen Stoffe, von denen wir wissen, dass sie gut aufgenommen werden, sind eben die sowas wie grüner Tee, also Dinge, die in Tee sind. Aber viele Stoffe, die wir auch zu uns nehmen, die aus bekannten Heilpflanzen sind leider doch sehr relativ schlecht bioverfügbar. Trotzdem hat man natürlich diese Heilpflanzen identifiziert, auch trotz der schlechten Bioverfügbarkeit über Jahrzehnte oder Jahrhunderte langer Beobachtung. Also ein bisschen machen die schon. Nur heute wollen wir ja ein Stück mit moderner Technologie weiterkommen und die Wirkung optimieren. Neue und nicht ganz so neue Nahrungsergänzungsmittel, die gut bioverfügbar sind und jetzt sehr modern geworden sind. Ich sage jetzt mal Spermidin oder Kreatin oder Taurin oder auch die ganzen Aminosäuren wie Luzin und Glycin. Was sagst du dazu? Ja. Also Aminosäuren werden natürlich sehr gut aufgenommen. Das sind ja die Bestandteile von Eiweißen. Also wenn wir die nicht aufnehmen könnten aus der Nahrung, hätten wir ein echtes Problem. Bei Aminosäuren ist es so, dass wir letztendlich auch wenn wir ein ganzes Eiweiß zu uns nehmen, wird das praktisch durch die Säure im Magen und durch Enzyme auch in Aminosäuren zerlegt, die wir dann aufnehmen. Also wir nehmen im Grunde keine ganzen Proteine oder Eiweiße auf, sondern das wird immer zerhackt und zerstückelt in Aminosäuren durch unseren Verdauungsapparat. Und wenn wir dem praktisch oral schon einzelne Aminosäuren zu uns nehmen oder die angeboten, dann werden die sehr gut aufgenommen. Das ist ähnlich wie bei Vitaminen und bei anderen praktisch Stoffen, die ähnlich unseren Nahrungsmitteln sind, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die werden alle direkt gut aufgenommen. Das gilt auch für das Spermidin und ich denke auch für das Kreatin. Das sind ja alles Stoffe, die wir selbst produzieren oder die in Nahrungsmitteln drin sind. Genau. Also Spermidin, gebe ich dir recht, ist ein hochinteressanter Wirkstoff. Der wird ja aber auch vom Körper selber gebildet und ist zum Beispiel in Weizenkeimen drin und wird da auch gut aufgenommen. Jetzt nur noch ganz kurz, damit wir auch wirklich umfassend gebildet sind. Es gibt ja nicht nur den Weg ins Blut durch den Darm, sondern es gibt auch den Weg in die Lymphe durch den Darm und es gibt auch den Weg über unsere Mundschleimhaut. Wie bedeutend sind die denn? Richtig. Also die Lymphe zum Beispiel ist lange ignoriert worden. Also im Studium habe ich darüber noch nichts gelernt. Aber das ist ein ganz wichtiger Transportweg, wo viele Fette, auch natürliche Nahrungsfette und Fettsäuren aufgenommen werden. Und zwar gehen die praktisch aus den Darmzellen nicht ins Blut, sondern in die Lymphgefäße, die auch praktisch unseren ganzen Körper durchziehen. Und in diesen Lymphgefäßen, die werden halt nicht durchs Herz gepumpt, sondern das fließt da relativ langsam. Aber die Lymphgefäße münden alle in einem großen Lymphgefäß, was hier praktisch in unsere Halsschlagader dann mündet, in die Vene. Und dann praktisch die Leber umgeht. Also ich habe diesen Effekt, dass die Leber schon gleich mal alles rausfiltert, habe ich bei Stoffen, die über die Lymphe aufgenommen werden, nie. Es dauert ein bisschen länger, es geht ein bisschen langsamer. Aber ich habe nicht diesen, medizinisch heißt das dieser First-Pass-Effekt, also die erste Passage durch die Leber, da geht meistens schon viel verloren. Und das habe ich bei der lymphatischen Aufnahme nicht. Das gilt nur für Stoffe, die fettlöslich sind oder Fette und Öle. Und da müssen wir halt klar sagen, die meisten der pflanzlichen Wirkstoffe sind halt wasserlöslich. Ach nee, stimmt nicht. Nein. Viele sind fettlöslich. Viele sind fettlöslich. Ja, habe ich einen Denkfehler gemacht. Aber dann wäre es doch super, dann müssten wir doch nur diese Pillen sozusagen unter die Zunge nehmen oder eben möglichst lange im Magen-Darm-Trakt verweilen lassen und dann gehen die halt in die Lymphe. Ja, also wenn sie wirklich sehr fettlöslich sind, dann gehen sie über die Lymphe. Wir können sie auch mit bestimmten Technologien fettlöslicher machen. Und du hast auch schon erwähnt den dritten Weg, das ist die, nennt man sublingual, also unter der Zunge, also letztendlich die Mundschleimhaut, das ist die gesamte Mundschleimhaut, kann auch Stoffe aufnehmen. Unter der Zunge ist halt das, wo man eine Pille oder irgend sowas am besten halten kann. Deswegen ist das der bevorzugte Weg. Und da haben wir auch die Möglichkeit, dass auch für wasserlösliche Stoffe werden praktisch über die Mundschleimhaut auch aufgenommen. Und zwar gehen sie dann auch nicht durch die Leber und werden sehr schnell sehr aktiv. Das macht man auch bei bestimmten pharmazeutischen Wirkstoffen, dass man sogenannte sublinguale Tabletten hat, die man sich unter die Zunge legt, um diesen First Pass zu umgehen. Auch wie das ähnlich, wie die Infusion, es ist halt, sagen wir mal, schwierig, größere Mengen unter der Zunge zu behalten. Also zum Beispiel bei pharmakologischen Wirkstoffen macht man das nur bei Stoffen, die in kleinsten Mengen, zwei, drei Milligramm, schon sehr wirksam sind. Aber ein Aspirin würde man nicht sublingual nehmen. Dann hat man so eine dicke Tablette, die drei Stunden schiebt. Das macht keiner mit. Also die Menge, die wir sozusagen über diesen Weg in den Körper kriegen können, ist relativ begrenzt. Bei hochaktiven und sonst empfindlichen Stoffen lohnt das. Bei den meisten Pflanzenstoffen macht das wenig Sinn. Was ist das Problem der pflanzlichen Stoffe oder überhaupt der schlecht bioverfügbaren Stoffe? Das sind erstmal große Moleküle. Und ist es dann das Thema, dass sie fettlöslich sind oder dass sie wasserlöslich sind? Was ist denn da das Schwierigere? Das Problem ist, dass sie insgesamt schlechtlöslich sind, oft auch schlecht fettlöslich sind. Das ist, also wenn sie gut fettlöslich wären oder gut wasserlöslich per se, müsste man es einfach das eine nur mit Wasser zu sich nehmen, das andere mit, wie was wir vorhin besprochen haben, bei Vitamin D einfach in einer Kapsel, wo Öl drin ist oder mit ein bisschen Olivenöl. Aber die sind per se sehr, sehr schlecht löslich. Auch wenn ich die in Öl tue, dann liegen die da wie ein Stein am Boden und rühren sich nicht sozusagen. Und da gibt es dann bestimmte Technologien, auch mit rein natürlichen Inhaltsstoffen kann man das bewerkstelligen, wo man diese Stoffe in Lösung bringt und dann der Körper sie besser aufnehmen kann. Das sind letztendlich solche Dinge wie, also man benutzt sogenannte Lizitine oder so Emulgatoren. Das sind auch ganz natürliche Stoffe, kommen aus der Sonnenblume, kennen wir alle zum Beispiel aus der Mayonnaise. Da ist eine wässrige Lösung und Fett und Öl drin. Und durch das Ei wird das emulgiert. Es wird also sozusagen dann gut aufnehmbar. Und ein bisschen komplizierter kann man das bei Pflanzeninhaltsstoffen machen, die in Lösung bringen. Und dann, das ist meistens Lösungen, die dann fetthaltig sind, die auch zumindest zum Teil über die Lymphe gehen. Also man hat den doppelt guten Effekt. Erstmal ist es besser löslich und ich umgehe auch ein bisschen den Abbau in der Leber. Es gibt immer noch so viele pflanzliche Wirkstoffe, auch das Kohlenzym Q10 zum Beispiel. Da gibt es ja bisher nur, glaube ich, zwei Technologien, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Auch beim Kurkumin ist das so. Warum hat man diese neuen Technologien kaum oder jetzt erst so in den Anfangsstadien? Ich würde mal sagen, es sind zwei Gründe. Zum einen wusste man es vorher nicht besser. Man hat nicht so genau hingeschaut. Das ist in den letzten Jahren, guckt man sehr viel genauer, welche Inhaltsstoffe wirklich ins Blut gehen oder in die Organe. Und das zweite ist, dass auch diese Technologien sie erst jetzt entwickeln oder entwickelt werden. Und auch ein Grund ist natürlich, sie sind ganz billig. Also man muss mehrere Produktionsschritte noch machen, um das in diese Form zu bringen. Man muss Entwicklungsarbeit leisten. Und ich habe so das Gefühl, viele Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln packen einfach ein paar Pülverchen in eine Kapsel und dann hoffen sie aufs Beste. Weil für den Endanwender ist es auch, der sich damit nicht auseinandersetzt, ist es natürlich schwer, den Unterschied zu wissen. Da steht eben, was weiß ich, Kurkumin oder Resveratrol auf der Packung. Und da steht, was weiß ich, 100 Milligramm. Das eine ist in der Form, das andere ist in der Form. Ich merke ja nicht sofort, was aufgenommen wird. Nehmen wir mal ein Beispiel. Zwei Beispiele würde ich gerne nehmen. Ein Beispiel eines pflanzlichen Wirkstoffs und dann das Coenzym Q10, um die Technologien für die Erhöhung der Bioverfügbarkeit vorzustellen. Ein Beispiel habe ich selber wirklich mit Staunen erlebt. Coenzym Q10, da wusste ich, okay, das wird in der Form, in der es heutzutage meistens noch angeboten wird, extrem schlecht aufgenommen. Nur 5% dessen, was da in so einer Kapsel drin ist. Dann habe ich eins genommen, das ist mit Zyklodextrin ummantelt. Und da gab es eben auch seriöse Studien, die gezeigt haben, 18-fache Erhöhung der Bioverfügbarkeit. Dann habe ich das mal genommen, habe auch mal den Q10-Spiegel messen lassen im Blut und siehe da, der war zu hoch. Also das hat tatsächlich schon, weil ich jeden Tag eine Kapsel genommen habe. Das war dann tatsächlich gut bioverfügbar. Also das eine ist Zyklodextrin oder ich habe jetzt gesehen bei einer Firma, Moment, wie hieß die? Ich muss nachschauen. Die haben mit Lecithin, glaube ich, und Maltodextrin, glaube ich. Die haben auch die Bioverfügbarkeit von Curcumin und auch von Coenzym Q10 erhöht. Beschreib mir mal, was da passiert. Also was man mit diesen Technologien, ich nehme mal zum Beispiel das Zyklodextrin macht, das sind komplexe Zuckermoleküle, die nicht süß sind, die erzeugen auch keinen Diabetes, aber sie bilden praktisch einen Mantel um das Molekül. Ich sage mal, ich habe zum Beispiel Curcumin, ich habe ein Molekül, was nicht wasserlöslich ist, nicht wirklich gut fettlöslich ist, der Körper erkennt das nicht. Das ummantle ich mit diesen Zuckermolekülen, die außen, jetzt so ein bisschen wissenschaftlich, geladen sind. Die haben also eine negative Ladung und das mag Wasser. Also Sachen, die eine negative Ladung haben, lösen sich super gut in Wasser und innen sind sie ungeladen und da können sie praktisch dieses Curcumin-Molekül oder ein anderes Molekül gut halten. Und mit dieser Verpackung, die äußere Hülle der Verpackung erkennt die Zelle sehr gut, die Darmzelle, lässt es durch und erst praktisch im Körper, in der Leber oder im Blut wird dann sozusagen die Verpackung aufgemacht. Und das Molekül hat sozusagen diese erste Hürde wunderbar praktisch überwunden. Das sind im Grunde sind diese Techniken alle auf unterschiedlichen chemischen Wegen. Versucht man letztendlich das schwierige Molekül zu verstecken und sozusagen die Verpackung so zu machen, dass sie attraktiv für die Darmzelle ist. Verständlich. Das Thema Myzellierung. Was ist das? Myzellierung ist letztendlich genau so eine Technologie, da nimmt man eben bestimmte Moleküle, die unserer Zellmembran ähnlich sind. Und man baut praktisch oder es setzt sich zusammen, ein kleines Kügelchen kann man sagen, was außen wie eine Zellmembran aussieht, chemisch. Also was unsere Darmzellen auch als Eigen erkennen. Und drinnen ist ein kleiner, sagen wir mal, Hohlraum, wo der Wirkstoff drin ist. Es ist eben auch wieder eine Form der Verpackung, nur chemisch unterschiedlich. Die nächstgrößere Form, jetzt mal einfach gesprochen, einer Myzellierung, einer Myzelle ist ein Liposom. Das ist im Grunde chemisch relativ ähnlich, nur ein bisschen größer. Und dann gibt es sowas wie multilamelläre Vesikel. Das kann man sich vorstellen wie Zwiebelschalen von vielen Schichten, die wie eine Zelle aussehen. Dazwischen passt eben sehr viel Wirkstoff, der eben auch so nach außen, ich sag mal, getarnt ist, dass die Zellen das gut erkennen Ist es nicht das, was ihr macht, das Solo-Smart-System? Genau. Wir machen praktisch diese multilamellären Vesikel. Die haben sich auch als sehr gut und sehr gut verträglich erwiesen. Das Attraktive daran ist, dass man die, ich sag mal, bauen kann mit Inhaltsstoffen, die aus der normalen Nahrung kommen. Also mit rein natürlichen Ölen und Fetten, ohne dass man hier irgendwelche künstlichen Hilfsstoffe nehmen muss. Das heißt, ihr könnt mehr Wirkstoff mit einer Portion sozusagen, mit einer Zwiebel in die Blutbahn bringen. Genau. Genau. Und in der Zwiebel, sozusagen zwischen den Zwiebelschalen liegen diese Wirkstoffe eben nicht als Klumpen vor, wie in einer Kapsel oder sowas, wo ich so kleine Granolen habe oder Körnchen, die für eine Zelle immer noch riesig groß sind, sondern als einzelne Moleküle. Die sind also nochmal ein Faktor tausend oder zehntausend kleiner. Und bei einer Zelle spielt das schon eine Rolle, ob ich einen Backstein schlucken muss oder nur so ein kleines Körnchen. Das scheint ja bei dieser sogenannten Myzellierung eine Rolle zu spielen. Wir haben da so ziemlich viele Moleküle von dem Wirkstoff, der aufgenommen werden soll, innen. Und dann wird, wenn das ganze Ding tatsächlich aufgenommen wurde durch die Dünndarmwand ins Blut, dann wird das aufgesprengt sozusagen, aber dann verklumpen die Inhaltsstoffe leicht. Nee, eher nicht, weil die sich im Blut gleich verteilen, wenn sie sozusagen als Einzelmoleküle sind. Dann nur ganz bestimmte, die dann, also sagen wir mal, es gibt Inhaltsstoffe, die leicht verklumpen. Das hat dann auch wieder mit chemischen Ladungen zu tun. Aber in der Regel würde ich sagen, sind die dann so verdünnt und so weit auseinander, dass die Einzelmoleküle nicht so leicht zueinander finden, um zu verklumpen. Das gilt für Solosmart, also für die Zwiebel. Das gilt für alle diese Verfahren. Ja, das gilt für alles. Auch für die Zyklodextrin-Verpackung, für all die gilt das. Wenn ich erstmal diese erste Hürde gut überwunden habe und im Blut bin, dann ist schon mal viel gewonnen. Wir gucken, wenn ich einen pflanzlichen Wirkstoff kaufe in Form von Kapseln oder Tabletten oder auch andere Nahrungsergänzungsmittel, von denen ich weiß, dass sie schlecht bioverfügbar sind, ob da drauf steht, Myzellierung oder eben dieses Solosmart von euch. Es gibt ja auch andere Formulierungen. Und für den Kunden ist es nicht ganz einfach zu erkennen, weil häufig steht da drauf, ja, die Bioverfügbarkeit ist erhöht und da ist nur ein bisschen Pfeffer, also Piperin drin. Oder manchmal ist auch nur Vitamin C drin, weil manche Wirkstoffe ja tatsächlich mit Vitamin C besser aufgenommen werden. Richtig. Worauf muss ich denn jetzt achten, um zu schauen, dieses Produkt hat wirklich eine bessere Bioverfügbarkeit als die der früheren Generationen? Das ist nicht ganz einfach, weil ich da im Grunde die Charakteristiken oder die jedes einzelnen Wirkstoff kennen muss. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, pflanzlicher Wirkstoff ist nicht gleich pflanzlicher Wirkstoff. Wenn man mal ein bekanntes Beispiel wieder nimmt, Koffein, auch ein pflanzlicher Wirkstoff, da brauche ich gar nichts zu machen. Der geht sehr gut, wie wir wissen, ins Blut, andere Wirkstoffe eben überhaupt nicht. Und das ist von Wirkstoff zu Wirkstoff unterschiedlich. Und es gibt auch in jedem Pflanzenextrakt, ist ja in der Regel nicht nur ein Wirkstoff drin. Zum Beispiel eins dieser Adaptogene des Rhodiola Rosea, da sind einige Wirkstoffe sehr schlecht Bioverfügbarkeit und einer der Hauptwirkstoffe ist gut bioverfügbar, gut wasserlöslich. Das heißt, das macht es auch nochmal komplizierter. Welchen Wirkstoff meine ich denn jetzt aus einem Pflanzenextrakt? Ja, da muss man ein bisschen was wissen. Ihr habt ja jetzt ziemlich viele pflanzliche Wirkstoffe in einem Produkt und habt eine ganz interessante Form, wie man diese Kombination, also diese vielen Wirkstoffe aufnehmen soll. Nämlich man muss ziemlich viel Wasser trinken, das Ganze in Wasser erstmal auflösen, schütteln und dann kommt da nochmal so ein Fläschchen mit einem Kokumin-haltigen Aktivator sozusagen dazu. Man denkt dann erstmal, was ist das denn? Es macht doch kein anderer. Muss man das machen? Was ist der tiefere Sinn? Also das trägt dem Rechnung, dass in den komplexeren Produkten, die wir machen, sowohl wasserlösliche und per se schon mal gut bioverfügbare Inhaltsstoffe sind, wie zum Beispiel Vitamine auch, etc. Mineralstoffe und die werden eben, sind wasserlöslich, werden auch gut mit Wasser aufgenommen. Die könnte man auch als Kapsel nehmen und dann viel Wasser hinterher trinken. Es ist einfach besser, wenn man sie vorher praktisch schon in Wasser genug Menge verschüttelt, dann werden sie einfach besser aufgenommen. Das ist aber keine große Technologie, das ist wasserlöslich. Und dann gibt es eben Anteile in diesen, wie zum Beispiel Kokumin, Resveratrol, die in Wasser oder aus festerlicher Lösung praktisch nicht gut aufgenommen werden. Und die haben wir in einem sozusagen in einem fetthaltigen oder ölhaltigen Plüssigkeit so aufbereitet, dass, wenn man dieses Öl ins Wasser gibt, schwimmt das wie Fettaugen erstmal oben drauf. Wenn man es dann kräftig schüttelt, wird auch durch die unterschiedliche Ladung, also Oberflächenspannungen zwischen Wasser und diesem Ölphase, werden praktisch Milliarden solcher zwiebelschalförmigen Vesikel gebildet. Das heißt, ich trinke Wasser mit gelösten wasserlöslichen Inhaltsstoffen und gleichzeitig sind da drin diese Vesikel, die dann praktisch einen getrennten Weg, ich trinke das zusammen, aber im Darm gehen die einen getrennten Weg, die gehen zum Teil eben in die Lymphe und die wasserlöslichen Stoffe gehen sozusagen so ins Blut. Und das praktisch, wir treffen die Vorauswahl, welche Wirkstoffe in welcher dieser Fraktionen ist. Okay, ihr habt das Verfahren ja auch patentieren lassen. Könnt ihr denn nachweisen, dass von all diesen Wirkstoffen, das sind ja, wie viel schätzungsweise jetzt ihr habt ein Produkt, das heißt Vitalizer, Energiespender, Energiedrink sozusagen, könnt ihr nachweisen, wie viel dann von den Wirkstoffen tatsächlich im Körper ankommen, nicht nur im Blut, sondern in der Lymph? Und wie viele Wirkstoffe sind das überhaupt in einem Produkt? Also erstmal sind es zwischen vier bis sechs und bei sehr komplexen Produkten bis zu 20 Wirkstoffen. Also im Einzelnen nachweisen, das ist schwierig. Bei vielen Wirkstoffen, zum Beispiel Vitaminen, Mineralien, wissen wir das aus der Literatur, weiß man, wie viel da ankommt. Bei anderen Wirkstoffen, gerade bei komplexen Zusammensetzungen, ist es kaum möglich, das wirklich im Blut nachzuweisen. Das sind dann kleine Mengen. Man müsste wirkliche klinische Studien machen, sind extrem aufwendig, teuer, muss also den Menschen ständig Blut abnehmen und weiß dann immer nur das, was im Blut ist. Ob es am Organ ankommt, wissen wir immer noch nicht, wissen wir auch in der Pharmakologie nicht in der Regel. Und gerade dieser Lymphweg, der extrem interessant ist, ist praktisch im Menschen kaum nachweisbar. Dann müsste ich nämlich an diese Lymphgefäße ran, die liegen sehr tief im Körper und die punktieren, also mit einer Spritze, mit einer langen Nadel. Das hat noch niemand geschafft. Und man muss, glaube ich, lässt auch niemand so gern mit sich machen. Und da gehen wir den Weg, wir gucken einfach, wie die Wirkung ist. Letztendlich, was der Anwender spürt, ob es sozusagen eine merkliche Verbesserung, Veränderung gibt. Und es wird immer vergessen, auch in der Medizin gibt es ja die evidenzbasierte Medizin, dass eine der drei wichtigen Säulen dieser Evidenz, der medizinischen Evidenz ist die Erfahrung des Patienten oder des Nutzers. Als Ärzte wischen wir da gerne drüber weg. Die ist aber extrem wichtig. Was macht es bei dem oder der Person, die es anwendet? Das ist letztendlich das Entscheidende, für mich auch das absolut Entscheidende. Egal, wie viel im Blut ankommt oder nicht, selbst wenn viel ankommt, es nützt aber nichts. Das war die Übung eigentlich für die Katze. Das heißt, bei Nahrungsergänzungsmitteln, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, das sind ja eben pflanzliche oder tierische Wirkstoffe, die in der Natur vorhanden und vor allem in unserer Nahrung vorhanden sind. Die kann man ja nicht patentieren. Das heißt also, wenn man Studien machen würde, die hunderte von Millionen kosten, kann man das nicht für sich selber beanspruchen, sondern das kann jeder klauen und dann eben diesen Nachweis für sein eigenes Produkt verwenden. Wenn man sich ehrlich stellt, kann man wissenschaftlich basiert sagen, okay, wir können nachweisen von den Wirkstoffen, die wir ausgewählt haben, kommen aufgrund unserer Verfahren etliche in größerer Menge im Blut oder in der Lymphe an. Aber was sie dann tatsächlich zur Prophylaxe tun, das können wir wissenschaftlich, zellbiologisch nicht nachweisen, sondern wir müssen im Grunde eine höhere Sensibilität in der Befragung unserer Kunden aufbringen, sodass die sich genauer beobachten und genauer schauen, wenn ich das nehme oder wenn ich das nicht nehme, sind es da Unterschiede, zum Beispiel in meiner Energie oder in meinem Schlaf, in meiner Fähigkeit. Sie haben ja auch, oder ihr habt ja auch ein Produkt gegen Long-Covid. Also bin ich da aus der Schläfrigkeit oder aus dieser Fatigue raus? Es ist tatsächlich nur Beobachtung und da sind natürlich viele misstrauisch und sagen, naja, das kann ja auch Placebo sein, ich kann es mir einbilden etc. Absolut. Das sind ganz berechtigte Kritikpunkte. Zwei, da kann man sagen, wir gehen da zwei Wege. Also wir haben zum Beispiel auch mal mit dieser besseren Aufnahmetechnologie, mit der Solosmart-Technologie Einzelwirkstoff mal getestet, um zu gucken, wird der, sozusagen, kommt der besser an? Und zwar kommt der, praktisch können wir das Molekül im Muskel nachweisen. Es ging um Muskelleistung. Das haben wir mit der Sporthochschule Köln zusammen gemacht, sondern einen Doppelblindversuch gemacht. Das heißt, die Probanden, das waren austrainierte Athleten, haben praktisch einmal das Ganze, haben eine ölige Flüssigkeit, die keinen Wirkstoff enthalten hat, genommen, einmal mit dem Wirkstoff. Das war verblindet. Weder wir noch die Anwender wussten, was wo drin ist. Das war also komplett verblindet. Und dann haben wir geguckt, wie entwickelt sich die Leistungsfähigkeit dieser Sportler. Die haben einfach das maximale Gewicht, das waren so Gewichtheber, was sie heben konnten. Und da hat man dann eben gesehen, dass hier ein deutlicher Unterschied, dass eine 10-prozentige Leistungssteigerung innerhalb von 14 Tagen da war, bei denen, bei denen, die das Verum, also das wirksame Medikament, oder nicht Medikament, darf ich nicht sagen, dass die das wirksame Nahrungsergänzungsmittel genommen haben. Und weder wir noch die wussten das. Also der psychologische Effekt ist natürlich, bei Doppelblind denkt jeder entweder, also ich kriege schon das, was wirkt. Und da kann man eben, wenn man dann so starke Unterschiede sieht, und die statistisch auch signifikant sind, dann kann man sagen, da passiert was, auch wenn wir den einzelnen Schritt von Darm über Leber nicht nachverfolgen können. Wissen wir zumindest, es muss im Muskel ankommen, durch Zufall haben die nicht plötzlich mehr Kraft. Wo man forscht eher im Augenblick, auch eben gerade Wirkstoffe, die dann vielleicht solche Effekte haben, die der Kunde wirklich unmittelbar spüren kann, ohne dass man jetzt den letzten wissenschaftlichen Beweis dafür hat. Also ein Projekt, an dem wir arbeiten und forschen, so ist auch diese ganze Firma, die Idee entstanden, sind Kinder mit einer schweren genetischen Krankheit. Das nennt sich Duchenne Muskeldystrophie. Ein Kinder, die letztendlich durch einen Gendefekt bauen die Muskeln relativ schnell ab und das verkürzt erheblich die Lebenserwartung dieser Kinder. Und wir haben eben gesehen, dass wir mit bestimmten, einer Kombination von natürlichen Inhaltsstoffen jetzt nicht die Krankheit per se irgendwie verlangsamen oder aufhalten, aber dass die Lebensqualität, das heißt, dass die Geistchenfähigkeiten dieser Kinder, die Stimmung, das Schlafverhalten sich drastisch verbessert hat. Und das sind eben Beobachtungen, die auch gerade die Eltern der Kinder machen. Da kriegen wir also das Feedback. Und das hat uns im Grunde bewogen, wenn wir für Kinder, die so eine schwere Krankheit haben und so ein schweres Schicksal, wenn wir da mit Nahrungsergänzungen was machen können, dann können wir auch natürlich andere Zustände, andere Befindlichkeiten, sowas wie die Müdigkeit bei Long-Covid oder einfach die normale Müdigkeit und Erschöpftheit bei jedem von uns beeinflussen. Und das ist letztendlich und letztendlich auch in Richtung Longevity und sozusagen lange Erhaltung des Gesundheitsstatus. Genau. Und den nächsten Podcast, den führen wir dann über pflanzliche Wirkstoffe, von denen ihr meint, dass die für eine gesunde Langlebigkeit eine große Rolle spielen könnten. Finde ich wahnsinnig spannend. Und eins nehmen wir jetzt auf jeden Fall schon mal mit. Nahrungsergänzungsmittel, klar, wissen wir, sind keine Medikamente. Und Nahrungsergänzungsmittel muss man erkennen, gilt für Medikamente auch. Wie werden die durch den Körper geschleust, verändert und welche Potenzen können sie trotzdem haben? Wahnsinnig spannend. Ich bedanke mich dafür. Wolfgang Brüsch. Gerne. Vielen Dank, Nina. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Das war noch immer so.